Achso, gibt's hier gar keine What's? Achso, das fällt ja früh aus. Ja, ne? Master, kaufen! Ja. Ja, wir wollen ein Fastblatt irgendwann mal machen. Wenn du 30 Sekunden zum Kaufen brauchst. Fuck, ich hab'n Pott zu viel gekauft. Ich brauch' dir doch noch irgendwas anderes. Geht ja nicht, ich hab' nur noch 370 Gold. Boots und'n Dorans Ring, erst damit? Ja, da hab' ich keine Pots. Das ist auch scheiße, aber ich hab' nur einen Pott zu viel gekauft. Zurück, Lee Sin. Hm? The Altars will unlock in 60 Sekunden. Shogart. Armum. Fuck, gibt's. Egal, zurück, weg, weg, weg. Monster, geh du auch weg. Ich schaff' meinen Jungle so nicht. Schogart muss ja wohl schaffen. Schogart muss ja wohl schaffen. Ich denk' schon. Und die holen ihren Altar nicht. Achso. Amo-Moo zumindest noch nicht. Amo-Moo auch ziemlich lowlife. Der war back anschein'. Oh, der hat so gejungled. Da ist er. Mest top, Ari. Oh, der hat so gut gemacht. Die Krips sind so stark im Jungle. Ist doch lächerlich. Haben Momo schon nicht mehr gesehen. Schon lange nicht mehr. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich gehe aus Back, nur kann mich ganken. Im Moment ist er eh gepusht. Ein bisschen mehr. Zum Beispiel zu essen ist ein bisschen laut. Oder so. Tja. Amo-Moo fährt. Ich weiß ja nicht, was er die ganze Zeit im Jungle da macht. Ich weiß das auch nicht so genau. Vielleicht kann er es anscheinend nicht. Hier ist ein Schogart. Oh Gott. Oh Gott. Nachher oben weg. Geh doch auf Amo-Moo. Was war das jetzt? Ja genau. Jetzt hat es natürlich nicht funktioniert. Ey Master, was tust du? Ich will ja versuchen den Amo-Moo zu bekommen. Weggekommen wäre ich sowieso nicht. Ich habe nur einer Boots. Natürlich wärst du weggekommen. Nein. Ich habe auch nur einer Boots. Ja, aber die haben vielleicht ein bisschen sehr viel Ranspringen. Amo-Moo war weg? Ja. Deswegen habe ich versucht ihn zu bekommen. Ich verstehe einfach mal bei. Ich verstehe mich. Ich würde ja ganz gerne irgendwo ganken kommen, aber wenn keiner da ist, kann ich auch nicht ganken Das ist für mich wirklich Da ist ein Schwungerrad Immer noch, es ist Wollen wir aufziehen schon? Ja Oh, da kommt ein Mumu Wir brauchen unsere Ultis Wollen wir aufziehen? Nicht Zwischen ... Beide Botlane Umu, aber nicht, oder? Ne Hm. Amo war grad top, glaub ich. Könnte runter... Ja, Joker ist hier. Weg. Amo ist hier auch. Schade. Ich hab einen bekommen. Die kommen da oben, von da oben, von da oben. Ja, können wir mal auf einen raufgehen. Wir müssen uns schon mal einigen. Na, lass back. Oder deren Altar können wir einnehmen. Eben. Die sind alle angeschwächt. Aber da einer stellt sich rauf. Ist nicht. Genau, deswegen wolltest du nicht dich draufstellen, ne? Das ist korrekt. Mein Ulti hat nicht mehr funktioniert. Na gut, wir haben uns dann doch ein bisschen gerappt. 05 Auf diesen haben wir hier. Wann istbildst'vel bis an der Umgebung der Angst? Oh... S zers. Ja, das war das. Das war es. Das war es. Das war das! Ich hab mich für meine Hand. Ich hab mich für mich für deine Hand. Wann. Das war die Hand. Ich hab mich für deine Hand. Wo sind die denn die ganze Zeit? Wo kann das sein? Da ist ein Amomo Da kommt ein Amomo Der war nicht gut Der Altar von uns, der kommt nicht wieder Shogart kommt, Vorsicht Javan kommt auch Weg, machst du? Ich bin dort Lauf einfach Oh mein Gott, fehlflasher Danke schön Irgendwas würde ich auch ganz gerne mal haben Ja, ich hab aber auch nur einen Ich bin dort 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 Mist, top. Der will unser Altar. Weg, 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 einfach weglaufen. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Du bist tot. Blocken! Kann ich mal auf eurer Lane farmen? Naja, ich habe eine Lane auf jeden Fall. Er redet mit dir. Könnt ihr mal auf eurer Lane farmen. Alles klar. Du hast ein Jungle. Gut. Gut. Hm. Leck. Auch noch 400 Gold. Ne, sogar 600. Ich bin tot. Auf, da unten kommen zwei zu dir. Ja, ne wirklich. Clever. Oh, ich wollte meine Ulti gar nicht machen. Ja, und die funktioniert natürlich nicht. Aber meine ist auf Codown. Gut Job. Das hat mir den Tor durchgemacht. Ja. Was? Ja. 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 Ich bin tot. Ja. Ja. Das war so... Beautiful. Das ist gefährlich. Ich bin in! AmoMu konnte auch runterkommen Lass mal topfischen ein bisschen Andere Chance haben wir dann Okay AmoMu kommt top Ja Schockert auch Java noch nicht Leck Biss mal mit dem Tor eingerissen Passt schon Oh shit Einfach einen Java ankommt gleich Da ist er schon Nicht da auch einen Wow Wow Schockert mit Stachel Scheint ja zu kloppt Aber trotzdem Ich weiß ja nicht Ja man kann natürlich auch auf seine Landfarm gehen schon So the Weg 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 Sehr schnell weg, einfach weg Gut Job Ich dumm den Lter ein. Deft du Ich versuch's ihn Oh bleib Nee Oh shit, einfach weg Wir brauchen den Torwart dazu Und das haben wir da nix Geht Geht Geht